Ich bin Caprix a.k.a. Capo di Tutti Capi a.k.a. Deckerli von Köln. Ich bin Farid Bang, der Hand auf Masse-Mod. Tama Jam a.k.a. Jörg Haider a.k.a. A.h. Yeah, yeah, das ist ISH. Street Desperado, Ride West Music. What's up, here's Egg Fresh a.k.a. Egglas Nach. A.k.a. Ghost Nachricht von Sam. Das hier für die members-only Bereichen 16bars.de. Und wir machen hier ein Videodreh nur für euch. Exclusive German Dream. Yeah! Ich rappe diese, acht Bars hier Freestyle. Ja, ich bin der, der in den Charts war mit G-Style. Ich bin gerade mal 25, meine Bars hier. Die völlig amtlich warte, der König darf nicht alle überlebt. Jeder Otto will von mir wissen, ob ich mir was Neues für ein Album überleg. Ich bin Pain in DS, tut dein Arsch und weh. GDE, CEO, 16bars.de. Yeah, yeah. Du bist wieder angewesst, diese Liga ist nix für dich. Komm, ich tätowiere German Dream mit deinem Gesicht. Was für Lass-Marie, das ist kein Show-Walks in echt. Du spüßt jeden einzelnen Faustknochen. Das ist Third Life. Ich verbrenne mir die Pfoten, Paragrafen in und näher. Interessieren mich die Bulle. Mann, jetzt brennt der Scheiß. Diese Gang ist geil, German Dream, Mutterficker. Das ist Grand-Ray-Style. Star-Catcher wie Undertaker. Blumentopfrien und die anderen Skater. Diese Rapper sind zart und gay. Meine Bitch bläst die Spritze ab wie Nasenspray. Uh, tut mir leid, dass dein Vater nie da war. Doch er wird ersetzt von nem Schwarzafrikaner. German Dream, guck, wir sind die Antwort auf Kämpfen. Ihr könnt jetzt nicht fassen wie ein Mann ohne Hände. Deine Fax sind ihr Fische. Ich lass mich nicht ficken. Reit, West, Mic, check, zwei Nachziger-Click. Du kriegst keine Luft wie bei nem Seitenstich. Eigentlich ist es so wie wenn man dir in deine Seite sticht. Schau nicht, komm mit den Kumpels aus Gladbach. Butterfly-Effekt, warum humpelst du Bastard? Und ich hau, hau drauf, du idiot, fix mit H-I. Wow, 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 yippie, yo, yippie, yeah. Yeah, yeah, it's summer. Nehmt ihr mir ab, diese Handschellen und Ketten. Denn anstelle vom Rappen, fick ich eure Ärsche in der Tankstelle. in Toilette. Und ich kalkuliere Fixkosten. Du bist ein Junkie, du hast nur die Fixkosten. Moment mal. Wie willst du öffentlich Stellung nehmen, wenn wir deine Mutter in der Löffelchen Stellung nehmen? Der Abi ohne Pass und auch ohne Sprachkurs. Kleiner Tipp, Holmes, lass die Finger von der Bratwurst. 9.